Die Glühbirne ist kaputt. Ich muss die Glühbirne wechseln. der Hocker Ich brauche einen Hocker. Nein, der Hocker ist zu klein. der Stuhl Ich brauche einen Stuhl. Nein, der Stuhl ist auch zu klein. die Leiter Ich brauche eine Leiter. die Leiter das Bild Ich möchte ein Bild aufhängen. der Hammer Ich brauche einen Hammer. der Nagel Mit dem Hammer schlägt man den Nagel in die Wand. die Säge Ich brauche eine Säge. Ich brauche eine Säge. das Holz Mit der Säge kann man Holz sägen. der Besen Mit dem Besen kann man kehren. der Handfeger Hast du einen Handfeger? der Das Kehrblech Das Kehrblech Ich brauche einen Handfeger und ein Kehrblech. der Mob Ich benutze den Mob zum Wischen. Es ist ein Wischmob. der Eimer Der Eimer Der Eimer ist voll Wasser. der Schraubenzieher Der Schraubenzieher Hast du einen Schraubenzieher? Ja, danke! die Schraube Ich brauche den Schraubenzieher, um die Schraube festzuziehen. der Schraubenschlüssel Hast du einen Schraubenschlüssel? Ja, danke! die Zange Die Mutter Ich benutze den Schraubenschlüssel, um die Mutter festzuziehen. die Zange Die Zange